Ich möchte einfach einmal, ein einziges Mal und möchte ich, so gar nicht mehr als das, was einfach einmal wäre. Ist das zu viel? Aber wo, wo ist, wenn ich einmal fragen darf, dass man irgend und wann soll, das möchte ich einfach einmal sagen. Nie ist auch nur das Geringste. Nichts ist wie es schief. Wo man nur hinzukommt und dann hinschaut, läuft es schief. Das ist mein, das, 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 ja. Auf, auf, auf Baustellen. Nicht? Als Beispiel läuft es schief. Man weiß es. Planungsfehler, Bauschäden, Unglück. Und falls das Haus trotzdem fertig werden sollte, aus Zufall, ja, schnipp, ist es nichts mehr wert. Oder man geht beim Kratz und stirbt. Oder das Haus brennt ab. Oder Termiten essen es von innen auf, falls das Haus im Süden. Ich werde nie ein Haus im Süden. Das wird gegessen. Auch im Land nicht. Das schmilzt. Doch hat man neu da einen, sagen wir, ein Iglu, erbaut dank einer, was weiß ich, Hypothek. Fein steht der Iglu in der Abendsonne fertig da und brennt ein richtiges Bischu mit Blick aufs Eisdär. Fein. Geht man schlafen, alles in Ordnung, alles gefroren, hell. Wacht man rauf am Morgen, ist der Iglu aufgetaucht und weg. Doch. Vom Klima weggefressen. Und liegt man an der prallen Sonne da, nicht? Blasen im Gesicht. Mitten unter, unter, ja, See-Elefanten. Das wird zugewandert von, 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 von heimlich in der Nacht. Ja, und liegt man da, ein Arm ist wahrscheinlich eingeschlafen, nicht? Weil er eben einklemmt, die halbe Nacht unter einem See-Elefant, mit, um, 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 um. Äh, 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 entschuldigung. Entschuldigung, könnten Sie vielleicht, könnten Sie vielleicht ein wenig, um, 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 um. Könnten Sie wenigstens die Lutschgeräusche stoppen? Und ich sage Sie wegen dem Respekt, ja, aber Sie oder er, was weiß ich, ja, um, 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 um. Hallo, Knuff, hat man einen Stoßzahn im Gesicht? Oder, oder, äh, Floss? Werden einem gleichzeitig die Vorräte weggefressen werden? Von, 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 ja, Eiswanzen. Oder bei den AKW-Kraftwerken läuft alles schief, man weiß es. Kaum in Betrinkt, schon Leck. Schlitz, ein Riss in der Höhe, zack, alles verstrahlt. Schon menschliches Fassaden, Massenpanik, Landesflucht, Hungerpest. Und wahllos Mutationen. Drei Arme, aber kein Gesicht. Die Kniescheiben im Hals. Kehlkopf am Hinterteil. Das Sprechen sonst sowieso, wo der sonst, ja. Oder gar keine Kinder mehr. Oder Elflinge. Klein wie Mäuse bei der Geburt. Überhaupt menschliches Fassaden, wo man nur hinkommt. Bill, 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 wie sagt man? Bill Gates als Beispiel. Menschliches Fassaden, doch. Sind nicht alle Bill Gates in jedem Zimmer auf der ganzen Welt. In jeder Straßenlaterne. Aber, wie groß, da, wo man nur hinschaut. Wie groß, wie groß, wie groß. Der Bill Gates von sich aus ist bei nicht gesund. Unverdient gesund ist der. Andererseits, wer weiß, was die alles hat. Bliederschmerzen, Asthma, Räume. Und pralle Hosen von dem ganzen Geld. Gestopft wie das Milchlammchen. Gebrechen vor lauter Gewinke. Gehilfen links und rechts. Stützstrümpfe. Und alle zeigen mit dem Finger. Du, schau mal, das ist doch, ich das nicht Bill Gates. Nein, das ist ein anderer. Entschuldigung. Was? Hier? Ja, was wollen Sie? Ja, also, wovon reden Sie eigentlich? Davon, dass alles schief läuft. Ja, das sieht man, aber könnten Sie vielleicht mit einem Beispiel? War das keine Beispiele? Doch, doch, aber nein. Was? Ja, man möchte persönlich, ein persönliches Beispiel. Entschuldigung, das ist hier alles persönlich. Was glauben Sie denn, warum ich sonst hier etwa zum Spaß? Vielleicht zum Geld verdienen? Ich würde ja tanzen. Ich würde nicht, aber es geht nicht. Ich müsste unter die Guillotine, zack, dann ja. Dann könnte der Rest von mir tanzen müssen. So, wochenlang. Oder sonst wie mit Stromstößen, das störende Denken abschalten. Der Kopf nur noch dran, um die Frisur zu stützen. Und dann beim Beziehung, ja, was läuft nicht alles schief beim sich Beziehen auf, zum Beispiel, ja. Sagen wir, in love, mal wieder. Frisch in love und kaum noch einen hohen Puls vor Freude und Bärreizung. Aber, ich schon, aber sie nicht. Weil besetzt. Besetzt schon von Option. Und am liebsten einfach nur so zum Abendessen, einfach reden. Das ist so angenehm mit dir, wie du zuhörst. Ich höre nicht zu, möchte ich einfach einmal sagen. Nichts höre ich taub, schalte ich's, hallo? Und falls ich doch etwas gehört, vergesse ich es. Komm, sag, zupf weg. Was ist das Thema? So, nein, ich habe gerne was völlig anderen gedacht. Ankauf doch einen, will sie dich. Aber immerhin, nach 6.000 Mal, nur so zum Abendessen und Reden, nicht ganz allmählich, spürt sie etwas. Sagt sie, du, ich spüre dich und so. Darling. Sagt sie, ja, fein. Ich spüre dich auch, seit 1900. Im feinen Inlauf, im Gegenverkehr, fertig, gelungen, forever, gut, alles, planen ein wenig, einziehen mit so möglichen. Und so, also sie bei mir und ich neu ein Geschirrtuch, weil neu aus Geschirr essen, statt aus der Pfanne. Mein Küchenboden ist auch nicht wirklich schwarz, sondern, Moment, tatsächlich einigelb. Jedenfalls ein Grund, ein kluger, schöner Grund, ein richtiger, ganzer Mensch mit fast allem, was man sich nur je. Und bloß ein wenig anpassen, nicht bei den Zahnbürsten, als Beispiel, Neu, zwei Zahnbürsten im Becher, anstatt drei. Ja, also sonst immer drei Zahnbürsten für mich allein, ich weiß auch nicht, weshalb, das gibt mir einfach etwas. Und sie, ja, wenn du nicht wirklich weißt, warum du Dried Zahnbürsten brauchst, brauchst du doch keine Dried Zahnbürsten, oder? Ja, fein, also zwei Zahnbürsten raus, sie rennt zu, das fällt leicht, weil sonst so vieles stimmt. Tja, alles schön und richtig, zwei Zahnbürsten, Perspektiven, Futur 1. Aber dann, nach drei Wochen, schwarz oder was, ich bin zu Hause, uhu, oh nicht, dart, dart, wie sagt man, dart healing, hello? Also, äh, was, wie, ja, ausgezogen, mit den Kleidern, weg, lehre die Zimmer, spontan wahrscheinlich, und baufällig die ganze Wohnung von einem Augenblick zum anderen, einsturzgefahren. Und auch ich selber, nicht, eben noch, mit Zuversicht, Statur, eben noch von Wert, ein kleines Schloss am See, schnipp, ein Rottenhaus. Und was ist das da, eine Abschiedsnotiz? Bye, bye, mein Schweinenacken. Es ging nicht mehr mit dir. Ich habe mittelfristig einen anderen. Lass uns Freunde bleiben. Mit mir ging es durch aus. Bei mir war ich bin noch ziemlich und alles war. Ich habe vieles immerhin unter Kontrolle. Ich war empathisch intakt. Freunde bleiben. Ich habe Freunde, du rastlose Hummel. Die laufen nicht weg, kaum kommt der Frühling. Oder einer mit Perücke und langer Geschlecht. Arbeit, mein Bein, allein wieder. Und auf dem Badezimmer allein. Drei Zahnders. Und Aktivität, nicht, Dings und so. Hauptsache, etwas, das lenkt ab. Ja, äh, äh, sagen wir, anders. Ah, Unterschriften sammeln. Ja, gegen Robben. Ja, sonst, ja, nicht sich gehen lassen. Immer schön die Zähne putzen, ja. Und immer schön neu die Wohnung umbauen. Ja, obwohl man weiß, beim Umbau läuft es schief. Planungsfehlerbau, Schäden, Unglück. Ja, dann mache ich ihn selber. Selbst. Gut, aber wie das alles aufeinander abstimmen, damit das alles wohnlich passt. Keine Ahnung. Fein, lasse ich ihm trotzdem jemand kommen. Einen Dings da. Wie sagt man? Einen Innenarchivar. Fein, kommt er mit neuen Ideen. Und, was haben Sie für neue Ideen? Ja, wir machen da etwas mit dem Kaktus. Fein? Fein? Ja, Kaktus, im besten überall. Im Fenster, in der Dusche, auf den Laken, auf der Maus. Auf der Maus. Ja, und auf die Speisen, Kaktus. Öl, Kaktus-Tee, Kaktus-Filet. Und die Musik, Kaktus-Lifestyle. Verstehen Sie? Aha. Ist das bei Ihnen zu Hause auch so? Bei mir, nein. Bei mir ist alles Walros. Walros. Knochen, Walros. Tapeten, Walros. Gedicht. Aber ich bin ja auch ein ganz anderer Typ. Verstehe. Du, Ozean, ich wüsste. Danke, Sie können dann wieder gehen. Ja, und vergessen Sie nicht, Ihr großes Talent mitzunehmen. Ich wüsste schon abhilfen. Ja, dazu kommen wir jetzt dann gleich. Also, ich freue mich vor Freude und so. Jesus, Maria. In der Kirche, wenn wir schon dabei sind, läuft es schief. Fängt schon an beim Gottesdienst. Aber erhebet euch zum Singen. Du vergisst es, ja. Ich erhebe mich nicht zum Singen. Für zum was denn da? Für zum, wer nur den lieben Gott lässt walten. Ich lasse ihn ja walten. Lass mal walten, doch. Walten mal was in der Gwanzstunde. Wo also nicht, um es jetzt zusammenzufassen. Wo. Das ist, was ich frage, dass man irgend und wann. Und ich sage, nirgends. Und nie. Und davon habe ich gelogen. So. Und jetzt. Die Lösung. Wow. Ich mache neu. Ich mache anders. Doppeltrocken. Schief von vornherein. Schief als Wille und Entschluss. Falsch als Plan und Absicht. Mein neues Elixier wird falsch gemacht. Nichts mehr, wenn wir schief gehen. Weil schief, strebe ich ab. Eine Frage? Eine Frage? Nein. Vielen Dank. Vielen Dank.